Heute müssen wir probieren, die Zwei-Spieler-Teamwork-Challenge zu schaffen. Dafür müssen wir uns jedes Mal mal auf die richtigen Sachen stellen und probieren, es zu überleben. Los geht's! Yo, was genau, Kasper? Ey, was? Eigentlich dürfen wir uns gar nicht freuen. Wir müssen nämlich tausend Jahre im Gefängnis sitzen. Ich weiß. Einfach zehntausend Jahre, hat er gesagt. Ja, und das sagt auch noch hier dieser dicke Werter. Meinst du der mit dem langen Hundekopf, oder was soll das hier sein? Der sieht ein bisschen aus wie du, finde ich. Sieht aus wie du. Oh, hier steht, mein Plan zum Entkommen. Hä? Wieso, hier ist einfach ein Loch im Boden. Warte mal, da kann ich eigentlich durch. Was ist das denn? Yo! Was ist? Es ist aufgegangen hier gerade. Nein. Ich hab's aufgemacht. Was? Was? Es ist aufgemacht direkt schon. Sehr gut. Ja. Oh, so soll das doch. Aber sie hat noch aufgemacht. Wir müssen immer zu zweit arbeiten, damit wir sozusagen da durchkommen. Oh Gott. Oh Gott, okay. Komm, geh auf gelb drauf. Jetzt schnell. Drei Sekunden nur. Wow. Alter, das war gerade so knapp, ne? Gehs. Nächste drei Sekunden hier. Oh Gott. Ey, ich bin ernst. Das hat dir das einfach ausgetrickst. Uh, 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 uh. Die glauben das noch nicht wirklich, dass sie da rüberkommen. Ich sag mal, was machst du denn jetzt da? Bleib mal drauf. Tja, da bin ich halt nicht da, da bin ich halt nicht da, der da rauf geht. Ich troll halt ein bisschen rum hier gerade. So, jetzt schnell. Oh mein Gott. Oh nein, was? Und jetzt? Ha. Tja, was macht die jetzt? Ich geh jetzt weiter. Ich geh jetzt weiter, gar kein Problem. Ja, was? Ich hab die doch gar nicht, ich war gar nicht in Bohnen berührt. So, wo bist du jetzt? Hier. Die trollt genauso, die trollt genauso, wie ich eben. Jetzt aber auch. Du machst dich komplett kaputt. Uh, ich wusste es. Und jetzt trollt sie. Ich wusste es. Okay, und jetzt hoch. Okay. Jawoll. Okay, weiter geht es jetzt hier. Na komm. Lauf doch jetzt. Mach jetzt hier. Ah. Wow, was machst du? Ich war schon so weit drüber. Nee, weißt du, wenn du so machst, Alter, ich kann auch solche Seiten laufen ziehen. So, geh rüber. Und drüber, Alter. Ey. Und die hat es auch noch geschafft jetzt, ne? Die hat es auch noch geschafft. Und die hat es auch noch geschafft, Alter. Jetzt soll die auch drauf gehen. Geh rüber da. Geh rauf da. Wuhu. Sehr wichtig. Okay, okay. Sie bleibt auch drauf. Sie bleibt auch drauf. Oh Gott. Fünf Sekunden haben wir hier nur für die Treppe. Au. Eins. Oh nein. Okay, noch mal, noch mal. Das darf nicht wahr sein. Nochmal, geh rauf da. So, und jetzt. Ey, blockier mal nicht. Ey. Blockier mal nicht. Was ist denn das jetzt hier? Ich glaube, du müsstest ja jetzt dann blockieren hier. So, jetzt. Oh Gott. Nein, los, geh rauf mit Geld. Jetzt, ey. Oh Gott. Okay, ihr habt es geschafft. Easy. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, Stefano. Wieso ist der so korrekt? Wieso ist der so groß? Okay, gelb oder grün? So ein TikToker oder so. Der hat diese Ohrringe. Grün. Stimmt. Oh Gott, ich bin grün jetzt. Oh. Oh. Nein. Wir bauen aber gleich ein gelb hier. Nein. Oh nein, wir bauen jetzt einen gelben. Warum nimmst du denn auch grün? Ey, Bro. Warum nimmst du grün? Oh Gott. Okay. Oh, das ist auch egal. Aber Stefano ist am Start. Stefano ist an der Stadt. Okay. Okay, Stefano. Stefano, stell dich rein. Stell dich hin. Jawallo. Ja. Bro, du bist so ein Assi, Digga. Nur am Blockieren die ganze Zeit schon, Bro. Die ganze Zeit nur am Blockieren, Digga. Gar nicht. Natürlich. Nein. Die ganze Zeit nur am Kopfnuss. Ja, hallo. Alter. Irgendeiner muss uns doch mal rüberholen hier. Irgendeiner muss uns mal grün nehmen. Ja, ich bin drüben. Komm mal zurück. Ich bin drüben. Komm mal zurück. Ich kann nicht. Ja, Bro. Ja, toll gemacht, Alter. Ich kann nicht. Du musst mit so einem anderen machen. Ja, die kommen nicht. Die sind alle gelb jetzt. Bro. Ja, Bro, das war's mit der Obby, Digga. Ich kann direkt von vorne starten, du. Nein, du musst nur noch einer grün nehmen. Ja, weil du so schlecht bist. Bro, gar nicht wahr, Alter. Weil du so schlecht bist. So, will der auch noch rüberspringen? So, jetzt. Okay, ich hab's. Sehr gut. So, jetzt einfach nur rauf, einfach nur rauf. Einfach nur rauf. Oh, du, ich jetzt hier schnell. Alter, wirklich, mit dem ist ja nichts zugebracht. Nicht zugebrauchen, Digga. Gelb, 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 gelb. Alter, musst du bitte gelb aktivieren. Hallo. Du musst gelb machen. Ey, Stefano, ich hab halt die Hasskappe auf Stefano. Oh, Stefano ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Sehr gut, besser ist auch. So, Stefano, jetzt geh auf gelb rauf. Komm. Geh auf gelb, Stefano. Geh auf gelb. Mach doch mal einen Däumen, bitte. Ihr müsst auf gelb gehen, Mädels. Jawoll. Ja. Nein, jetzt brauchen wir wieder grün. Oh nein. Oh, nee, was? Rot, schreibt der. Oh, so ein Pranker. Ja gut, komm, ich mach's selber. Ich mach's selber für euch. So, grün. Ey, oh mein Gott. Hat Stefano es geschafft? Ja, Stefano hast du geholt. Okay. Bleib auf gelb kurz. So, gelb schnell. Okay. Alter. Ja, Bro, Stefano schafft es hier auch. Okay. Stefano, geh drauf. Ja. Ja. Komm, 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 komm. Okay, okay. Bin, bin, bin. Gelb, grün, schnell. Okay, weg von gelb. Grün, grün. Schnell, gelb, schnell, gelb. Ja. Jetzt haben wir die. Ey, Stefano wird hier niemals drauf. Ich schaffe das, ich schaffe das. Komm, mach gelb. Mach gelb, ich schaffe das. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich dachte, das wäre ein Counter und ich habe es noch nicht angeguckt. So, los. Ich schaff's. Ich schaff's auch. So, übel easy. So, warte, ich helfe dir. Ja, okay. Okay, ich wollte so ein Korrekter sein, die es uns gerade helfen. So ein Korrekter wollte ich sein. Also echt. Oh mein Gott, Digga. Hau rein, ich geh jetzt hier weiter. Nee, mach, es geht gar nicht. Du brauchst zwei Leute, um da weiterzukommen. Money. Jetzt wie in dieser blöden Black Mirror Folge. Yeah, du brauchst mich. Ja, du brauchst mich. Du brauchst mich. Du brauchst mich. Hier ist gelb, hier ist gelb. Was macht das? Und jetzt? Irgendeine Zelle habe ich aufgemacht locker. Ich glaube das gelbe. Ich guck mal gerade. Ich geh nochmal auf das gelbe rauf. Ich habe locker irgendeine Zelle aufgemacht, oder? Zack. Hier ist grün, warte. Zack. Ja. Und jetzt? Hier, komm, schnell. 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 Wie soll das Schatten brauchen? Nein. Zwei. Okay. Eins. Oh mein Gott, Alter. 4, 5, 3, 0. Nein, Bro. Nein. Hier war doch nur der Code. Nein. Bro, du bist so blöd, dass du es nicht gesehen hast. Ach nee. 4, 5, 2, 0. 4, 5, 2, 0. Komm mal hier zum Spawn. Guck mal, geh mal hier in die Ecke. Hier in die Ecke. Nicht da. So, komm hier. Genau, geh auf gelb. Ich geh auf grün. Und jetzt durch. Ja, ich geh auf gelb. Okay. Schlüsselgarte. Zack. Zack. Weg da. Ja. Sehr gut. Und weiter geht's hier. Sehr schön. Easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay, ich geh auf grün. Geh du auf gelb? Ich geh auf gelb. Zack. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Squeeze game? Wow. Nein. Barsukashi. Alter. Alter, Teamwork, der geht richtig schnell kaputt. Wo ist der überschlecht? Der ist übel schlecht. Was? Das war's schon? Au. Man kann sich abschießen. Hey. Er ist wieder gespawnt jetzt. Dann hol ich mir den halt alleine, wenn du so schlecht bist. Bro, hör doch mal auf, du unkorrekter. Ja, alles klar. Er hat sich geschossen. Bro, hör doch auf. Was machst du denn? Ja, du schießt auf mich die ganze Zeit. Hör doch mal auf damit. Nein, mach ich nicht. Natürlich machst du das. Sehst du auch. Oh mein Gott, nachdem du ihn geholt, das ist der Ausgang nur kurze Zeit grün. Ah, ha, ha. Nein, Bro. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Nein. Bitte auch, wer zwar grün. Ja. Wäre bitte der Ausgang nicht grün. Und jetzt ist er grün. Nein, Bro. Okay, lass das zusammenspielen. Okay. Ey, du bist unglaublich. Weißt du das? Ja. Ich habe ihn doch schon. Wieso geht er nicht rauf? Niemals. Ja. Niemals schaffst du das. Ja. Ich bin durchgekommen. Und ich komme gerade nicht durch, Bro. So ein Witz. So ein Witz. Willkommen zu Hause steht da. Willkommen zu Hause. So ein Joke war das gerade. Wie kommt das? Oh, ich will jetzt jemanden... Oh, Abzeichen. Unglaublich, Digga. Ich habe ein Abzeichen hier bekommen. Erster. Alter. Oh, Bäm, Junge. Hau mal ab hier jetzt, Kollege. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Dach drauf, ne? Bro, er ist schon wieder neu gespawnt, Digga. Ey, was ist denn das? Er holt mich. Cool. Das kann man nur zu zweit schaffen. Boah, das ist so cool hier. Das ist so krass hier, Alter. Du bist so hartko-unkorrekt, Alter. So ein Unheerren, Mann. Du wolltest wieder abschießen. Du wolltest wieder abschießen. Ich gehe schon wieder drauf von dem. Kasper, guck mal. Wir werden heute zu Spider-Man. Das war mit der Greifhaken, Obby. Oh, es geht es. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Volga, muss ich hier mal im richtigen Moment loslassen? Ja, musst du. Nein, ich bin runtergefahren. Oh, nein, nein, ich auch. Oh Gott. Okay, das heißt, wir müssen probieren. Heute anscheinend. Oh, man kann sich sogar übrigens von uns was kaufen. Oder springen wir erst mal. So weit zu kommen wie möglich, ne? Okay. Aber halt nicht drauf zu gehen. Das heißt hier, zack. Oh, zack. Ey, ich bin so schlecht dafür. Ey, ich bin auch wieder drauf gegangen. Das kann nicht sein. Oh, ich auch schon wieder, sag mal. Ich muss, glaube ich, den absoluten richtigen Moment treffen. Ja, glaube ich auch. Zack. Können wir die Greifhaken noch irgendwie verbessern? Geht das irgendwie oder wie geht das? Ich glaube, Alter. Wie bekomme ich denn jetzt? Wieso? Hast du das verbessert? Ich bin jetzt hier auf so einem Steg jetzt gerade drauf. Ich glaube, hier ist, kriegt man hier einen Checkpoint. Oh mein Gott, hast du echt einen Checkpoint? Nein, ich bin auf den Steg gerade so nicht raufgekommen. Was ist das? Alter, ich springe gefühlt. Oh mein Gott, ich bin noch weiter jetzt gerade gekommen, ne? Ich bin jetzt gerade bei 24. Oder? Jetzt bist du schon so weit, sag mal. Oh mein Gott. Ich bin hier, glaube ich, als einziger an vorne, ne? Oh mein Gott. Schön weiter. Ich springe im richtigen Moment ab hier. Ich bin richtiger Spiderman. Merkt das schon? Wow. Yo, was geht jetzt ab? Okay, ich bin auch gut schon mal. Nein, ich bin runtergefallen. Hui. Woo. Woo. Wupf, alter. Nein, so knapp nicht. Zack. Boah, ich wäre da fast draufgekommen auf die Platten. Alter, ich komme ja extrem gut weit gerade, ne? Yeewe. Alter, ich bin da eins gerade übersprungen sogar. Ja, ich weiß, wie kann man Upgrades kaufen? So, ich bin jetzt mal in meinem Shop hier. Oh. Und. Rote Spur für 5,000. Wie? Was ist das hier? Spuren. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich komme halt so weit, ne? Ich brauche hier die Spiderman-Schuhe. Oh mein Gott, Alter, wenn du nicht weiterkommst, musst du zurückgucken, dann kannst du dich noch mal reinhaken. 50 Tausen ist was für das. Ey, nein, nicht mehr runtergefallen. Wie kriegt man diese Kugeln? Irgendwann braucht man diese Kugeln, glaube ich, ne? Welche Kugeln? Ach, diese Upgrade-Kugeln? Wenn du diese Kugeln hast. Wow. Hui. Alter, bin ich gerade weit gekommen. Yo. Ich weiß noch, wie weit man ist. Ja, ja, oben, glaube ich. Oh mein Gott, ich komme auch raus. Oh mein Gott, mega weit. Nein. Untergefallen. Schade. Oh mein Gott, ich bin gerade fast so... Alter. Alter, wie weit komme ich hier jetzt gerade? Ja. Oh mein Gott, ich komme, ich respawn. Ich komme, ich respawn. Ja. Sack. Wo kam ich denn überhaupt von da? Fass ich respawn oder was? Nein. Ich komme, ich respawn, ja. Oh. Okay, ich respawn mich auch. Oh mein Gott, da bist du. Lol. Ich will dich zu sehen, Alter. Okay, und rein da. Juhu. 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 Nein. Ey, Mann. Ich bin rübergefallen. Oh mein Gott, hier geht es ordentlich weiter. Oh mein Gott, das war so knapp jetzt. Lol, das ist das Ziel. Was? Was für ein Ziel. Hoppa. Juhu. Juhu. Ich bin hier bei. Ich glaube, jetzt kriege ich die Kugel oder so, ne? Kannst du das angehen? Ach was. Oder vielleicht mehrere sogar. Was? Wir haben runtergefallen. Ach so, jetzt ist das Ziel. Nein, das ist Ziel. Jetzt habe ich glaube ich kein Geld. Ja, ich habe es. Beenden. Hast du auch Geld bekommen? Hä? Ich bin durchgelaufen. Ich bin auch durchgelaufen und runtergefallen. Jetzt 1500 Münzen habe ich wieder. Ja, jetzt ist auch 1500. Auch 1500. Was können wir diese Münzen jetzt machen? Ja. Guck mal, davon können wir uns andere Pfade kaufen. Zum Beispiel hier den Spider-Man-Pfad für 50.000, ne? Das ist ja immer mega teuer. Und hier kann man zum Beispiel die anderen sich kaufen für 5000. Aber in drei Minuten schaffen wir es locker nochmal durch, diese Strecke. Danach kommt anscheinend eine neue Strecke. Jetzt sind wir ja Profis. Jibba. Absolut Profis sind wir. Obwohl ich mich einmal greased won't habe. Ach man, ich schaffe direkt den Sprung nicht. Oh, ich komme ja echt gut durch jetzt gerade. Zack. Ui. Alter, ich komme ja. Nein. Oh. Kommst du gut durch, oder? Alter, was passiert hier gerade? Ja, ja. Ich komme gerade sehr gut durch. Ah. Hey. Jawollo. In der letzten Sekunde hat er sich festgehalten. In der letzten Sekunde. Ja. Oh Gott, oh Gott. Schwingen, schwingen. Ui. Ui. Nein. Ich bin runtergefallen. Was ist los? Das darf nicht wahr sein. Ich glaube jetzt trotzdem mal respawn für fünf Robux. Fünf Robux kommen sie auf jeden Fall jetzt mal hier. Ich sehe dich. Wo bist du? Ich sehe dich hier oben. Uuuhu. Okay, okay, okay. Rein hier an den nächsten. Oh. 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 Nein. Du auch? Verdammt. Ich habe gerade mir einen respawn geholt. So, hier schön. Alter, geht's. Hä? Bist du respawned? Bist du nochmal respawned? Oh mein Gott. Äh, ja. Hä, was? Ich bin nochmal runtergefallen. Ich habe voll die Robux ausgegeben. Hüah. Ah. Oh. Alter, ich bin gerade fast draufgegangen. Hey, noch eine Minute dreißig. Ich hoffe, ich schaffe das nochmal. Ja, hier ist wieder beendet. Hä, hä, hä. So, zack. Ist gut. Oh, oh, oh. Nochmal tausend Münzen mehr bekommen. Okay. Ey, einmal schaffe ich das noch. Eine Minute nur noch. Komm schon. Ich schaffe es jetzt auch. Oh. Weil ich ein Profi bin. Ah. Ah, Mann. Ich war bloß blockiert oder sowas von irgendjemandem. Ja, ich komme gut durch. Oh Gott, ich bin sehr gut am Start. Jetzt weiter, weiter, weiter. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich komme auch gerade sehr gut durch. Ja. Oh nein, das schaffe ich nicht, oder? Den Sprung, den könnte ich schaffen. Zack. Alter, ich komme sehr gut. Alter, ich habe gerade so ein Momentum. Oh mein Gott, ich bin gerade so schnell, Bro. Ich komme gerade extrem gut durch. Oh mein Gott, ich auch. Und zack. Wie sagt er? Oh mein Gott, ich habe mich da gesaved. Habe ich glaube es nicht. Ja, ich bin hier bei dir. Oh mein Gott, ich bin fast da. Ja. Ich muss weggehauen. Ja, lauf jetzt. Fünf. Vier. Vier. Drei. Ja, ich bin durch. Ich bin durch. Ja. Noch ein Tausendwünschen bekommen in der letzten Sekunde. Oh nein, und das war es. Na toll. Jetzt haben wir eine neue Map, glaube ich. Jetzt kommt eine neue Map. Und? Und? Oh mein Gott. Okay, die sieht auf jeden Fall krass aus. Die sieht anders aus auf jeden Fall. Spider-Man. Hä? Ich habe direkt den ersten Sprung schon nicht bekommen. Haha, bist du schlecht. Ich habe direkt den ersten Sprung schon nicht bekommen. Alter, ich komme. Alter. Nein. Oh, fast nicht geschafft. Hä? Bro, ich kriege den ersten Sprung nicht. Hä? Manche musst du zurückgehen, um dann mehr Schwung zu holen. Jappi. Jawohl. Okay. Ich sage... Oh mein Gott. Das ist Verpackt bei mir. Ich kriege den ersten Sprung nicht. Ich bin so ein Profi jetzt gerade, ne? Bro, ich bin gerade so ein Profi. Ich kriege den ersten Sprung nicht. Weil du schlecht bist. Alter, ich komme hier gerade extrem weit, ne? Bro, ich kann nicht. Ich habe nicht mehr mehr Spider-Man-Funktion. Ich habe nicht mehr mehr die Spider-Man-Funktion. Der will keinen Faden bei mir rausließen. Nein, ich bin einfach so draufgegangen. Was soll denn das? Hoppa. Hoppa. Bro. Yeah. Was ist das? Was ist das? Ihr seht doch. Was ist das? Ja, ich komme hier schon weit. Der hat keinen Faden mehr bei mir, Bro. Komm schon. Hoppa. Hä? Wie weit doch eben schon? Alter, ich komme hier richtig weit, ne? So. Warte, ich muss mich noch einmal einen ganzen Schwung hier holen. So. Bin wieder da? Wehe. Mein Faden geht jetzt nicht. Jawohl. Komm schon, Spidey. Ja, besser ist doch jetzt geht das wieder, Alter. Aber der ging bei mir einfach nicht mehr. Glaube ich denn nicht. Oh, da vorne steht sogar das Ziel. Da vorne steht das Ziel. Das ist so weit, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin in den Baum gegangen. Oh mein Gott. Wie viel Geld gibt es hier für? Spider-Man. Spider-Schwein. Tausend. Tausend gibt es hier wieder. Hier ist eine Wiedergeburt. Nein, no way. No way, Digga. Als wenn. Ah, das kostet 10.000 Münzen. Ah, okay. Und ich krieg mal fünf Kugeln dafür. Und Geronimo. Hab ich den Sprung hier rüber? Ich bin direkt drauf gegangen. Huch. Komm schon. Ja. Ibi. Ich bin auch jetzt hier am Start. Nein. Oh, ich bin da fast drauf gegangen. War das Ziel da hinten? Ich bin da fast drauf gegangen. Oh mein Gott. Ich überspringe gefühlt die Hälfte. Oh bitte. Darf ich jetzt mal bitte das... Darf ich jetzt mal bitte ans nächste Ding ran? Ich bin voll der Spider-Man. Ah. Oh Gott. Oh mein. Kann der jetzt bitte mich in Ruhe lassen? Ich bin da fast drauf gegangen. Hey Bro, ich gehe in die falsche Richtung. Ja. Wee. Ich komme so weit, ne? Oh mein Gott. Ich bin dann richtig gut gerade hier am Start. Richtig krasser Spider-Man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ach, Manu. Da war doch das Ziel. Du bist direkt vom Ziel drauf gegangen? Ja. Ganz, ganz, ganz davor. Das würde mich aber belasten. So, hier kommt der Läubung. Jepa. Jepa. Ui. Ey. Oh mein Gott. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung. Nein, nein, nein. Das kommt zweimal. Das kommt zweimal. Achso. Okay. Da, ich sehe dich. Du bist vor mir. Oh. Nein, Bro. Komm schon. Nein. Oh mein Gott. Ich bin fast drauf gegangen. Hast du den gehört? Hast du den? Ich schaffe das gleich hier ohne Dingens. Ja. Ohne einmal Checkpoint-Goal zu haben. Oh, krass. Ja. So, zack. Guck dir das an, Alter. Ich das hier geschafft habe. Wapaa. Ja. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, Alter. Das ist gerade nicht passiert, Bro. Jetzt bin ich mega weit weg wieder. Ja, weil dein Checkpoint halt weiter weg ist oder so. Alter. Oh mein Gott. Alter. Yo. Stopp hier lang oder was? Stopp hier lang. Yo. Nein. Nein. Ich bin nach außen. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich muss, Alter. Ich bin locker richtig knapp beim Ziel. Was ist denn das? Du schaffst das nicht. Oh. Ja. Nein. Warum geh ich jetzt schon wieder drauf? Das kann nicht sein. Ah. Digga, das ist doch ein Witz, Alter. Ich bin zu schlecht dafür oder so. Keine Ahnung. Als ob du wieder drauf gegangen bist. Einmal probiere ich jetzt noch. Einmal probiere ich jetzt noch. Ich will es doch zum Ziel immer schaffen. Das hat mir gerade echt Speed gegeben. Ich überspringe ja noch die Hälfte. Ich bin richtiger Spider-Man. Digga, jetzt bin ich schon wieder in die falsche Richtung gepist. Oh mein Gott. Ich weiß doch gar nicht, in welche Richtung ich muss. Alter, ich bin gerade so krass, Bro. Oh mein Gott. Warte, ich nutze mir gerade einfach Speed holen. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Yippie. Oh ja. Oh ja. Und Spidey. Ich schaff's jetzt wieder. Ich schaff's jetzt wieder ohne Checkpoint. Zack. Zack. Ja. Komm schon. Komm schon. Als ob du es immer noch nicht geschafft hast. Sehr, sehr gut aus. Es ist ein Witz. Es ist echt ein Witz. Digga. Das ist nicht dein Ernst. Ich war so knapp davor, Alter. Was ist das? Okay, ich schaff's jetzt wieder. Ohne Checkpoint. Komm schon. Zack. Ich hol dich ein. Und zack. Ich überrunde dich. Und zack. Ich überrunde dich. Ja. Ich bin wieder drauf. Es ist noch ein Witz. Ich geb's auf. Es reicht. Stopp. Stopp. Es reicht. Und wieder ein Ziel gekommen. Einfach absolut alle geholt. Ey Kasper, der Lehrer ist total blöd. Der ist total blöd. Mann, ich hasse den auch. Der pennt da überall nicht. Das war ja so spannend gerade eigentlich. Au. 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 Ich hab mich weggehauen. Ich hab mich weggetreten hat er gerade, wenn du zu nah an ihn rangehst. Soll ich dir sagen, warum ich den nicht mag? Warum magst du den nicht, hä? Guck mal, was hier steht. Sommerpause abgesagt. Ey, das brauche ich jetzt nicht. Ich will doch einmal Sommerferien endlich haben. Wird doch manchmal Zeit. Ich auch. Ist so. Okay, komm, weißt du was? Jetzt gegen die Sommerferien, wie kann man so unkorrekt sein? Wir gehen jetzt einfach aus der Schule raus. Wir brechen jetzt einfach raus. Aber wir müssen das zusammen machen. Lachen uns jetzt einfach unsere eigenen Ferien. Und wir müssen das zusammen machen. Genau, das heißt, ich geh jetzt mal hier auf den blauen. So, und jetzt kann ich nämlich durch die Tür gehen. Loll. Das heißt, es ist heute Teamwork, Orbi. Okay, okay. Warte mal, geh mal drauf da. Geh mal drauf da. Ja. Und jetzt? Jetzt. Jetzt muss ich, glaube ich, rüber gehen. Pass auf. Du musst doch zu dritt sein. Hä? Du musst doch zu dritt sein hierfür. Und jetzt? Und jetzt kannst du da hoch springen, oder was? Kannst du da irgendwas nach oben? Ah, und hier oben sind. Ah, und jetzt kann ich dich rüberholen. Zack. Schnell, die andere, da gönne ich das nicht. Beeil dich. Okay. Nee. Ich warte, bis die weg ist. Mach. Nur du darfst. Nur du darfst. Mach schnell, mach schnell. Oh. Jawohl. Jetzt schild die Filme da unten. Okay, warte mal. Okay, die Hälfte ist ja gerade. Oh. Oh mein. Was? Wir sind aneinander gebunden. Okay, komm hier rüber. Nein. Lass mich. Ich will weg. In diese Richtung. In diese Richtung laufen hier. Komm mit. Okay. Au. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Los. Spring. Es geht nicht. Ich komme nicht nach vorne. Jetzt. Alter. Das war close. Spring. Hör auf. Was machst du denn? Hör auf. Ich falle gleich runter. Hä? Was? Oh Gott. Ich falle gleich runter. Du ziehst mich gleich unter die Diggerreise. Nein. Was machst du denn? Was machst du? Spring doch mal rüber da. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte, sag jetzt nicht. Ich schaffe das mit dem. Ey, Bro. Du bist mit der, schaffe ich es auch nicht. Okay, warte. Wir machen jetzt zusammen. Wir machen jetzt zusammen. Okay. Ja. Stell drauf. Okay, jetzt. Bleib stehen. Komm zu mir. Okay, jetzt spring drüber. Bin ich? Spring. Nächsten. Okay, spring auf den nächsten 3, 2, 1, jetzt. Und nächsten 3, 2, 1, jetzt. Spring. Okay. Habe ich doch. 3, 2, 1, jetzt. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Und 3, 2, 1, jetzt. Wuh, Alter. Das war nicht ganz so easy, wie ich dachte. Ey, es war echt ein bisschen schwieriger, ne? Oh Gott, was ist jetzt hier? Nein. Da ist der Dickelehrer. Er hat es mitbekommen. Der Dickelehrer. Ey, weil ich, dass wir flüchten wollen, dass wir überfahren wollen. Wir wollen doch keine Sommerferien haben. Alles gut. Ich will keine. Doch, ich will die trotzdem haben. Aber, ja. Ja, ich will die trotzdem haben. Oh Gott. Okay, aufmachen jetzt hier. Oh nein. Oh, er hat uns fast. Oh, einer blau, einer rot. Oh, er ist mir gefallen. Er ist ausgerutscht zum Glück. Warte mal, warte mal. Geh mal durch, geh mal durch. Jetzt kannst du durch blau gehen. Geh mal durch. Jetzt kannst du durch blau gehen, genau. Ja. Genau, jetzt mach ich. Mach rot. Jetzt musst du rot werden. Ja, ich bin rot. Aber jetzt. Hä, wie soll es weitergehen? Au. Ich muss auf dich raufspringen. Ich muss auf dich raufspringen. Ja? Ja, ich glaube, ich muss auf dich raufspringen. Pass auf. Stell dich mal in die Mitte vom Blau. Okay. Jetzt gehe ich auf dich rauf und weiter. Warte, warte, jetzt genau in die Mitte wieder. Zack, zack. Okay, sehr gut. Ich stehe auch ready. Au. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Mann, nicht ganz schön. Das haben wir schon mal gemacht, wo wir ganz schön sauren haben. Hier, zack. Sehr gut. So, jetzt hier rot. Zack. Oh mein Gott, das war ganz, ganz knapp. Das war richtig knapp. Schön weit nach vorn. Okay, so. Passt doch. Und zack, ja. Und rüber hier noch einmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp gerade. Aber wir haben den nächsten Checkpoint. Du rot, dich blau. Was müssen wir denn hier machen? Oh mein Gott, wir müssen... Bälle, Bälle, Bälle. Die Bälle dagegen werfen. Und gegen die Ziele... Yo. Yo. Zehn Sekunden, schnell. Schnell. Hast du den Ball mit? Hast du den Ball mit? Nee, warum? Ey, ich glaube, der hätte mich mitnehmen müssen, oder? Ich glaube nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Okay, nimm die Leiter, nimm die Leiter schnell. Los. Los. Oh. 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 Was macht ihr denn? Ey, was ist denn mit dir los? Warum rennst du denn los? Komm, auf orange drauf. Ihr seid... Ja. Ey. Die will trollen, die will trollen. Okay, ich bin am Ziel. Ich kann nicht... Ey, Mann, ich fall schon wieder runter. Ich rette dich, ich rette dich. Was brauchst du zuerst? Blau? Blau. Blau kommt. Jetzt orange. Orange, zack. Jetzt wieder blau. Blau. Jetzt wieder... Ey, Mann, was machst du denn? Ich bin aus der Sehne. Ich bin aus der Sehne. Ich dachte, du wärst schon ready. Was machst du denn? Sehr gut, jetzt wieder blau. Jetzt wieder blau, zack. Orange. Orange, so. Und wieder blau. Und blau. So. So, okay. Mein Gott, ey. War das so schwer. Die gönnt uns, die gönnt uns. Und jetzt musst du die Lila anmachen. Mach die Lila an. Die macht ja wohl die Lila an. Jawohl, die gönnt echt. Wie krank. Jetzt hol mir die rüber. Komm rüber hier. Ist so, komm her. Sehr gut. Du bist jetzt Dreier-Teamwork-Obi. Also wirklich. Das ist nicht dir ernst. Das war ihre einzige Chance, die sie hatte. Die Arme, Alter. Okay, komm, wir müssen jetzt hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Hä, wie geht's weiter? Ich weiß nicht. Hä? Du musst noch mal auf grün. Ja, sehr gut. Ja, und ich hab's. Okay, jetzt kannst du. Okay. Ja, runter. Muss immer einen weggehen, ja? So. Ja, ja, immer einen weg. Ja. Ja, cool. Sehr gut. Okay, was haben wir jetzt hier am Start? Hä? Gehen wir auf blau? Gehen wir auf blau ein? Oh nein. Da ist der Lehrer. Pass auf. Boom. Oh Gott. Schießen ab. Alter, der ist ja übelst schnell down. Was? Weil wir auch zu zweit auf den drauf geschossen haben. Lol. Alter, unser eigener Privatjet. Ich wollte schon immer mit dem Privatjet fliegen. Okay, komm, rein hier. Geh rein in den Privatjet. Ja. Juhu. Abflug. Was, Alter? Einfach eigener Privatjet gewesen. Komm, wir fliegen mit dem Flugzeug nochmal woanders hin. Ich weiß doch, ich kenne noch einen guten Spot. Lass mal da hinfliegen. Okay, ab geht's. Jetzt reinfliegen. Und abflug. Guck mal, Kaspar. Ich werde jetzt hier diese Omi ohne dich machen. Hau rein. Ohne mich. Ohne mich. Du weißt etwa nicht, dass du meine Hilfe brauchst. Ach so. Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Du brauchst aber auch meine. Guck mal, oben sind die auch. Warte mal. Ja, du hast recht. Bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt hier hochgehe und du... Und jetzt aktiviere ich die hier? So. Ja, 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 ja. Ich kann die immer Feld für Feld aktivieren. Also wir müssen hier nur zu... Schneller, schneller. Ja, ja. Okay, und jetzt kann ich dir oben dein Feld aktivieren. Ach so, nee, warte. Das war nur so ein Knopf, den ich gedrückt hätte. Hier, glaube ich, oder? Muss ich da aufstehen? Nee. Moment, warte. Soll das... Geht's nicht. Ich mache euch druck drauf. Mach jetzt. Jetzt, jetzt. Also wirklich. Und... Yippie. Jetzt müssen wir komplett diese Obby schaffen und am Ende müssen wir sogar noch... Weißt du, wenn wir retten müssen? Wen denn? Die Prinzessin müssen wir retten. Oh, du hast recht. Denn wir sind Luigi und Mario. 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 Einer verwandelt. Okay. Warte, aber jetzt werde ich hier links gehen. Oh mein Gott, du musst da für mich schon irgendwas machen. Ich hab doch den Knopf noch gar nicht gedrückt. Du musst auch Geduld halten. Ja, dann drück drauf jetzt. Du bist nicht Luigi. Oh nein. Harte, ich stehe drauf. Oh Mann. Ich bin trotzdem Luigi, aber halt ohne Outfit. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du kannst auf den Knopf drauf rücken. Okay. Und los. Ey. Okay, jetzt aber. Und los. Mach jetzt. Na gut, dann komm. Komm mir aus. Ich will nicht, dass du Mario bist. Ich will Mario sein. Ja, ich bin Mario. Mario ist viel cooler. Ich bin Mario. Mario ist super cool. Ja, der ist auch viel cooler. Super Mario. Okay, warte mal. Jetzt komm ich hier nicht weiter. Jetzt musst du irgendwas oben machen. Ja. Ich kann aktivieren. Okay, Nummer 1. Sehr gut. Nummer 2. Auch sehr gut. Und Nummer 3. Auch sehr gut. Alter. Ey, das ist ja richtig cool. Da vorne drehen wir noch so Teile, sehe ich gerade. Das wird noch so krass werden. Glaub mir. Okay, du gehst diesen Weg. Ja, dann kannst du links gehen. Jetzt kannst du einfach rüber gehen. Und dann musst du. Aktiviere ich hier. Ja. Und jetzt musst du mir aktivieren. Zack. Das kann ich dir aktivieren. Korrekt. Ey, das ist ja mega, mega cool. Guck mal links. Zack. Wie viel da noch auf uns zukommt, ne? Was ist da alles? Danke. Jo, was ist da alles? Das ist ja richtig krass. Und dann zack, den Checkpoint gegangen. So, jetzt können wir. Warte mal. Jetzt müssen wir immer zusammen hier. Zack. 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 Sehr gut. Oh Gott, beeil dich. Hinter uns verschwinden die. Alter. Oh. Oh, ist ein Quark da jetzt. Oh. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Du hast recht. Ey, das ist ja mega cool. Sehr gut, sehr gut. Ey, weißt du, was ich mich gerade frage? Was denn? Was machen wir, wenn du es jetzt hier schon geschafft hast und den Checkpoint hast? Ja. Und ich da drüben noch festhänge. Stimmt. Weißt du? Das dürfen wir gar nicht ausprobieren. Das ist halt echt so ein Zuzweit-Ding. Also wir dürfen echt nicht drauf gehen. Ne, wir dürfen echt nicht drauf gehen. Ah. Perfekt. Hey. Du sagst es noch und ich schläge runter. Und du gehst aber drauf. Außersehen. Okay, nochmal hier. Muss ich jetzt hier irgendwas machen schon? Ja, zack. Okay, sehr gut. Mann. Mann, du warst zu langsam. Du warst zu langsam. Ne, das Ding ist... Komm mal jetzt. Nein, noch nicht raufspringen. So, jetzt. Pass auf, wir jetzt können sie raufspringen. Und jetzt können wir hier schön einfach hochspringen. Jawohl. Ah, okay, okay. So, zack. Und weiter. Und jetzt hast du, glaube ich, ich dir das, glaube ich, aufgemacht. Jetzt hast du mir das aufgemacht. Jetzt mach ich dir den Weg auf. Ja. Und du siehst auch, dass die Sachen gleich immer schwieriger und schwieriger werden. Ja, ja, das wird auch immer schneller und immer schneller. Ja, danke. Jetzt hier, geh über das Tide-Druck drüber. Oh Gott. Ja, jetzt hast du es. Okay. Sehr gut. Und Checkpoint. Auch wieder sehr, sehr gut. So, dann. Jetzt muss einer rechts, einer links gehen. Genau. Du bist jetzt hier mein Diener. Aha. Was für Diener. Okay, ich laufe, laufe hier schnell los. Nein. 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 Hä, wieso das denn? Ich bin als Mario draufgegangen. Oh nein. Wieso bist du draufgegangen? Du hast ein Teil verfehlt. Oh Mann. Äh, gar nicht. Das ist Sven, du musst dich ein bisschen beeilen. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt hier. Okay, es wird auch zeitlimitmäßiger. Okay, ich hab's. Bin drüber. Nein, er beeilt dich fertig. Ich bin trotzdem noch Mario, mein Herzen. Ich muss raus. Du kannst rüberklettern. Oder außen rumschwimmen. Nein, geht nicht. Als wenn ich außen rumschwimmen würde. Hä? Jetzt. Oh mein Gott, die Wand habe ich einfach abgesperrt für dich oder so. Hä, keine Ahnung. Auf wie war das krass? Was ist denn das jetzt hier alles? Okay, hier kann man nichts machen. Einer muss hochgehen und einer oben. Nee, komm mal. Wir müssen, glaube ich, uns so hinstellen. Ach so. Und dann so Räuberleiter. Stimmt. Oh mein Gott, korrekt. Alter. Und jetzt. Warte mal. Oh mein Gott. Du musst uns alles aktivieren hier. Du musst einfach zu kurz, zu kurz. Mach ich. Lauf, 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 schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hab's. Ich hab's. Und jetzt kann ich dir das hier aktivieren. Ja, jetzt bin ich auch. Oh mein Gott. Ey, das macht voll viel Spaß, Alter. Macht echt Spaß. Jetzt musst du ein bisschen mitknobeln hier, ne? Bist du nachreinigst hier außen? Ich muss, nee, komm. Du musst Huckepack mehr mitgeben. Ach so, Huckepack. Okay, so. Oh, drauf mit dir. Sehr gut. So, und jetzt muss ich hier, glaube ich, rüber gehen. Dann kann ich dir leichter vorne irgendwas... Auf den Knopf drücken. Oh ja, auf den Knopf drücken. Okay, bist du bereit für den Knopf? Ja, ich bin bereit. Oh, los hier. Du hast Zeitlimit. Oh mein Gott, das ist Zeitlimit. Oh Gott. Oh Gott, wieso ist das so ein langer Weg? Kann ich den Knopf auch wieder drücken? Der hört ja gar nicht auf. Drück den Knopf. Oh Gott. Okay, alles gut. Alles easy, piepeasy. Okay, okay, was ist hier? Zack. Oh. Es hat aber grün geleuchtet bei mir. Deswegen hätte ich gedacht, wir können rüberspringen. Ja, aber es war durchsichtig. Guck mal, jetzt können wir den hier machen. Von einem zum nächsten. Was machst du? Was hast du gerade gemacht? Mach doch mal schneller. Hallo. Hallo, du musst doch schneller machen. Mach doch mal. Du musst dich mal ein bisschen beeilen jetzt. Guck mal, ich spring schon. Ich spring schon. Oh Gott. Nein, du unkorrekter Hund. Oh mein Gott, ich habe den Checkpoint jetzt. Hä? Und was ist jetzt? Oh oh. Wie soll ich das jetzt schaffen? Das ist gar nicht gut, Kaspar. Wie soll ich denn das jetzt machen, hä? Das ist gar nicht gut. Alleine kann ich das doch nicht schaffen. Ich brauche Hilfe von dir. Ich weiß, dass du Hilfe brauchst. So, ich bin wieder zurückgekommen, Kaspar. Ja, korrekt. Jetzt können wir das endlich zusammen machen. So, jetzt kommen wir schon durch. Yo, springen. Guck mal, wie lange du brauchst. Du brauchst viel zu lange. Was denn für wie lange ich brauche? Du brauchst viel zu lang. Okay, pass auf. Dann jetzt nochmal. Wir müssen das ein bisschen langsamer machen. Lass uns das ein bisschen langsamer machen. Ja, zack. Drück drauf. Wo wartest du? Zack. 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 Langsam wird es knifflig. Oh ja, ich will es echt eng. Oh Gott, oh Gott. Ja, los. Jetzt wird es mega eng. Los. Ja. Los. Ja. Okay, okay. Und jetzt rüber da. Ja. Und jawoll. Und Checkpoint holen. Endlich. So, dann haben wir jetzt hier vorne. Das war schon nicht einfach, ne? Du musst jetzt hier die Teile aktivieren. Ja, ich habe jetzt Zahlen. Oh Gott. Zack, Nummer eins. Das war es. Zwei geht zu zwei. Oh, warte, warte, warte. Zwei, ja. Oh Gott, der Laser dreht halt so schnell. Dann drei. Oh Gott. Drei, ja, habe ich. Okay, drei habe ich auch jetzt. Oh Gott, vier habe ich auch. Oh Gott. Alter, kurz gescheitert. Aber nicht auf Checkpoint, nicht auf Checkpoint, nicht auf Checkpoint. Ja, ja. Ja, als ob du das hier nochmal runterfällst. Ja, wer weiß, ey. Okay, Checkpoint. Dann. Das wird jetzt schwer. Ja, ich auch nochmal eins. Oh Gott. Zack. Oh. Aktivier mir, aktivier mir. Hab ich aktiviert? Ja, korrekt. Oh. Du musst jetzt mir aktivieren. Ich aktiviere jetzt. Zack, aktiviert. Woppa. Okay, ich bin super gesprungen. Oh, ja. Ja, ja, ich komme auch. Okay. Oh Gott, das ist knapp, Alter. Ich weiß, Achtung. Oh mein Gott. Ja, ich komme rüber. Das ist so knapp. Okay, ich auch. Okay. Oh Gott, pass auf. Sehr gut, wir haben es bei geschafft. Okay. Dann müssen wir jetzt hier sogar hochspringen. Müssen wir uns ein bisschen absprechen. So, zack. Zack. Zack, zack. Wupp. Ja, hier hoch, bam. Wupp. 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 Korrekt, danke. Uh, Wupp. Oh, die unten lösen sich schon auf langsam. Ich weiß, die unten lösen sich auf. Nein, nein. Hast du schon? Nein, nein, ich bin runtergefallen. Jetzt. Du auch? Jetzt? Ja. Oh Gott. Nein, du hast mehr. Oh, der ganz oben ging nicht. Nein, nein, Bro. Nein. Ich habe mir den Checkpoint schon geholt. Kannst du nicht runterspringen oben? Doch, doch, doch. Oh mein Gott. Ich hatte so Angst gerade schon. Mann, aber guck mal, unter uns des Dingens, ne? Ist kein Glas oder so, ne? Ja. Ne, ne, genau. Also ich bin aber immer oben, irgendwie war der weg direkt oben. Oder hast du mir noch nicht aufgegeben? Ich weiß nicht. So, okay. Zack. Das war auch wieder ein bisschen late. Das Ding jetzt hier. Du brauchst ein bisschen lange, habe ich das Gefühl. Du brauchst ein bisschen lange. Jetzt bleib ich gerade ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe schon den Checkpoint. Hier. Oh. Alter, das war schon wieder ganz knapp gerade. Der war doch noch gar nicht ready. So. Der war schon wieder ganz knapp. Okay, okay. Jetzt müssen wir hier rüber springen. Ja, ich aktiviere die. Bam. Hab ich. Aktiviert. Aktiviert. Und aktiviert. Und. Korrekt. Jetzt kann ich hier hochgehen, du noch nicht. Äh, du auch hier hoch. Achso, okay. Kann ich auch hoch. Dann musst du mir jetzt helfen. Dann kann ich die jetzt aktivieren. Danke. Ja, passt. Ey, das ist so cool, das Ding, ne? Und rüber. Ich sag dir, Alter, ich kann mir auch das mit keinem vorstellen, außer mit dir. Ja, ich auf jeden Fall auch nicht. Ich auch nicht. Sind wir beide drüben? Da vorne. Alter, das kommt richtig krass zu machen. Oh. Hast du da? Alter. Oh mein Gott, ich bin echt losgepisst. Au. Ich bin draufgegangen. Ich bin wie ein Profi unterwegs. Meins ist viel schwieriger gewesen. Ah, du hättest mich aktivieren müssen. Okay, warte. Wir müssen gleichzeitig. Drei. Ja, ja, nicht draufgehen. Eins. Eins. Und los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Uh. Oh mein Gott. Wow. Wow. Oh mein Gott. Wow. Oh, ich hab's. Okay, okay. Ich hab's auch. Ich aktiviere dich auch. Ich hätte gar nicht aktivieren müssen. Hä? Doch, ich muss dich aktivieren hier. Hä? Wir müssen leichter aktivieren. Du musst draufklicken. Okay. Warte noch, warte noch. Bis keiner wieder weg ist. Sonst schaff ich's nicht. Okay, okay. Jetzt. Drück drauf. Okay. Und aktiviert. Hey. Nein, er ist nicht aktiviert. Du Hund, ey. Was bist denn du für einer? Was soll das? Und ich bin wieder hinten beim Speedrun. Was? Also wirklich. Du hast mich verämmt. Du hast mich wieder an. Du hast mich wieder an. Nee, das war nicht. Eigentlich hab ich draufgedrückt. Ich glaub, es kann nur einer. Ja, das hab ich gesehen, wie du draufgedrückt hast. So, drei, zwei, eins. Boom. Okay. Na gut. Keine Ahnung, was es gerade war. Aktivierst du einfach nicht, weißt du? Einmal verlass. Irgendein Bug. Einmal verlass. Das war irgendein Bug. So. Soll ich springen oder willst du springen? Okay. Egal, du kannst ruhig machen. Ich springen. Okay, dann abbad. So, zack, 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 zack. Na, komm aus dem Quark. Ja, ich bin fast schneller als du, ne? Und jetzt machst du mir die Tür auf. Korrekt, danke. Guck mal, wie ist ein Fenster offen jetzt? Lol, was ist denn jetzt hier? Sind ganz viele Hüte. Alter. Das sieht ja mega. Wie cool. Und jetzt? Was ist das denn jetzt? Wir müssen hier einen Code eingeben. Ja, ja, warte mal. Wir haben jetzt hier voll viele. Guck mal. Ich habe auch voll viele Hüte. Aber ich habe gefühlt, alle gleichzeitig. Hier war ein Headremover. Welchen nehme ich jetzt am besten? Ich nehme die Krone, weil ich ein König bin. Zack. Das ist doch, das ist doch eine Dingenskrone. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die Königskrone an. Ey, ich kann die bei mir gar nicht aufsetzen. Oh, du siehst aus wie so ein Wolf. Gar nicht. So, jetzt müssen wir den Code eingeben. Ich will auch die Krone. Warte mal, ich sehe da was. An der Tür, an der Tür ist das. Siehst du auch die Tür, den grünen Knopf da? Ja, aber was ist der Code jetzt hier? Jetzt irgendein geheimer Code eben eingeben müssen. Ja, warte mal. Ich nehme mir, glaube ich, den Hut. Hier? So. Habe ich den aufgemacht? Okay, ich habe den Hut am Start. Ja, warte mal. Ich gehe hier rein. Hier steht der Code 9435. Was? Als ob du es gesehen hast? Ja, 9435. Aktivieren. Ja. Ja, sehr gut. Ich gehe jetzt hier nach unten, glaube ich, ne? Ja, okay, ich gehe oben. Machen wir auf hier. So, ich aktiviere gerade alle Teile. Hä? Ich gehe alle aktiviert. Oh Gott, korrekt, korrekt, korrekt. Ich gehe rüber und aktiviere jetzt hier die Treppe. Bam. Ja. Aktiviert. Haha. Sehr schön. Okay, das nächste sehe ich jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja. Wuppa. Ei. Ei. Nein. Ich habe eins aber aktiviert bekommen, glaube ich, ne? Oh, ja, du hast recht. Okay, ich gehe schon mal rüber. 9, 4, 3, 5. Oh, ich habe eins aktiviert. Ich habe eins aktiviert. Warte. Warte, 9, 4, 3, 5. Oh Gott. Oh Gott, egal. Ich halte das hier. Ich halte das hier. Oh Gott. Du musst das hier aktivieren, weil ich hoch kann. Ach so. Oh nein. Warte mal, okay. Ist nicht schlimm. Ich bin drauf. Oh nein, das geht auch wieder ganz... Warte, ich komme auch zurück. Ich will nicht diesen blöden Hut haben. Genau. So, ich gehe jetzt hier wieder kurz unten lang. Ja, mach dir alles auf. Korrekt. Danke, danke, danke. Zack, alles ist hier aufgemacht. Jetzt warte ich auf dich. Oh, ich aktiviere die hier oben. Ey, wie das hier nicht mal ein Checkpoint ist, ne? Das ist jetzt richtig schwierig. Das ist schon echt krass. So, jetzt laufe ich hier am besten durch. Aufpassen, dass der Laser mich nicht holt. Okay, aktivier mir, aktivier mir. Ey, der Laser ist echt heftig. Und ich aktiviere die. 3, 2, oh. Alter, das ist knapp. Okay, 3, 2, 1, los. Nein, der hat mich. Der hat mich auch. Oh, was? Okay, ja, gut. Dann ist es noch. Also, wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. 9, 4, 3, 5. 9, 4, 3, 5 oder so. Genau, wir sind so kurz vorm Ende. So. Ja, das kriegen wir hin hier. Zack, zack. Ich sehe dich direkt über mir. Hier wird gar nicht gequatscht. Hier wird direkt durchgezogen. Genau, hier wird direkt. Woppa! Wopi, juhu! Und stehen und springen. Und so direkt. Ja, danke, juhu. Und zack, zack. Wer jetzt drauf geht, ist schlecht. Der zahlt 5 Euro. Oh Gott. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh Gott. Okay, okay. Pass auf hier, pass auf, kommt noch einer. Okay, jetzt hier, pass auf, pass auf. Das ist noch der andere. Ja, ja, sehe, sehe, sehe. Also, das ganze Ding ist nochmal. Wir haben immer noch keinen Checkpoint, ne? Du musst jetzt laufen und wir es freimachen. Ja, ich mach, ich mach, ich mach. Und zack. Und zack, okay. Und Checkpoint aktiviert hier nicht Checkpoint. Aber hier. Ich spring, ich spring. Ich warte auf dein Kommando. Dein aktiviert. Ja, ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Du schaffst das. Nein! Oh Gott, ich hab's. Ich hab, ich hab, ich hab. Okay. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Oh mein Gott. Was ist das jetzt hier? Oh nein! Wow! Was? Wir sind im Oreo-Land. Ich bin nicht runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Als ob. Das glaub ich nicht. Ich bin wieder bei den Hüten. Haha! Was geht ab, Leute? Wow! Was geht's? Ey, wir machen heute das Dreier-Koop-Level, ne? Das wird richtig krass werden. Komm mal rein jetzt hier. Rein hier, rein hier. Oha. Oha. Okay, komm. Jeder, jeder. Okay, ich fang an hier, Jungs. Ihr müsst draufgehen. Komm. Okay, ich geh aufs Rote dann rauf. Ich geh jetzt hier aufs Rote rauf. So. Was machst du denn? Das ist so unkorrekt, ne? Schnell, mach schnell, mach schnell. Okay, okay, okay. Er ist so unkorrekt. Ey, er ist so ein. Er ist so ein Unkorrekter. Okay, Kasper geht rein. Ich mach das für euch. Nee, ich mach jetzt. Hä, warte mal. Mirkan, hallo. Mirkan, wir brauchen dich, Mirkan. Wir brauchen dich. Ja, das ist auch das Dreier-Ding. So, das heißt jetzt hier. Du musst draufbleiben, Kasper. Los. Ja, stimmt. Jetzt muss Mirkan aufs Lirne gehen. Ja, okay, okay. Hä? Ist automatisch hochgefahren. Bro, Kasper ist echt so ein Unkorrekter, ne? Ist automatisch hochgefahren, wenn Mirkan rüber gelaufen ist. Kasper. Nochmal, nochmal. Alter, Jungs. Mirkan, du musst dich. Jetzt geht's blauer. Los. Mirkan, schnell, schnell. Ich geh rein. Ich geh rüber. Ich geh nicht rüber. Er geht automatisch hoch gleich. Drei, zwei, eins. Okay. Geht er eben nicht. Okay. Let's go. Mach auf hier, Leon. Nö. Let's go. Wir sind's doch einfach. Oh, siehste. Aber wo war denn Diamant? Habt ihr mal Glück gehabt. Es gibt einen kleinen Diamanten. Stimmt, ja. Verdammt. Ich bin nicht gesehen da oben bisher. Oh nein. Okay, dann finden wir jetzt alle Diamanten. Okay. So. Hier geht's weiter und hier. Drück mal drauf hier. Ich drück drauf. Ja, danke. Leon, du musst auf Rot. Leon. Auf Rot. Okay, und? Oh nein. Das tut mir leid. Geh drauf. Ja. Oh. Also wirklich, wie kam es okay. Ey, wieso? Was meinst du denn? Ja. Oh. So, jetzt kommt hoch hier. Ey, guck mal, Julian. Alter. Ähm. Wie kriegt man den? Hier unten ist gar nichts. Hier unten ist gar nichts. Was ist das? Hä? Wie kriegt man den denn? So nett, Kaspar. Danke. Komm, komm, komm. Oh. Was? Was? Alter. Digga, aber nicht schlecht. Das ist hier irgendwo ein unsichtbarer Eingang, ne? Oder? Du bist da rumschwollt. Oh. Hä? Tatsache. Ich hab den Diamanten. Was meinst du? Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Seid ihr? Ja. Wie, wo seid ihr? Seid ihr? Hä? Wir sind runtergefallen. Wir sind runtergefallen. Hä? Wo seid ihr? Nein. Lass schnell was. Warte, 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 warte. Was ist gegen mich? Komm, 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 komm. Komm, komm. Das ist T-Work-Obi. Hä, was meinst du? Was ist T-Work-Obi? Machen wir doch. Nein, ich bin gar nicht. Nein. Nein. Okay, 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 okay. Wenn ihr so korrekt seid, ich merke mir das. Nee, ich bin, hä, ich bin korrekt. Das ist alles entspannt hier. Das war gerade mal leicht, ne? Ja, wir haben gleich was richtig schweres, wo Mittel und sowas steht, ne? Warte, was ist denn das jetzt schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einer muss auf... Ah, komm, auf gelb, geh mal auf gelb. Okay, und jetzt? Jetzt mach ich dich rüber. Jetzt geh auch auf gelb, Kasper. Ja, warte, warte. Und rauf hier, ja? Kann doch so hart, okay. Okay, okay. Und jetzt? Ich komm so ja gar nicht rüber. Ey, du musst... Ey, was ist denn? Lökhan, geh rauf. Ah, okay. Warte, warte, warte. Ready? Oh, ja. Und los. Und let's go. Beides. Beide. Jungs, bitte. Hilf mir. Okay, jetzt. Okay. Ey, bitte. Ey, also. Let's go. Ah, okay, 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 okay. Okay, dann als erstes das... Ey! Oh mein Gott, Digga. Dreh mal, dreh mal. Ey, Digga, dann fährt der doch runter dann. Was denn? Oh, okay, mach den schlau. Dreh das rote, dreh das rote. Ich helfe euch jetzt. Ach, Mann ey, was ist das? Oh, wir brauchen beide. Ja, ja. Pass mal, geh rauf, Frau Gabe. Okay. Also echt, ihr seid doch ungerecht da. Ich würd sagen, wer jetzt trollt, der hat verloren. Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Aber jetzt zurück auf drauf, Digga, jetzt zurück auf drauf. Warte, nein, 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 noch nicht. Ja, okay. Wo ist der Diamant? Wo ist der Diamant? Ich will der Diamant nicht. Wo ist der Diamant? Ja, stimmt. Irgendwo ist der Diamant versteckt. Ja, ich weiß wo. Locker da unten oder so. Ich glaube, er hat seine Lederwand entlang. Ich glaube, hier. Ich glaube, hier in dem. Tatsächlich? Oh mein Gott. Wie? Tatsächlich, oder? Ach, schon in mir. Yo! Oh, nee, Möckern. Du musst ihm helfen. Ey, Pipze, Kasper. Ey, das ist nicht so. Wie denn? Jetzt schnell, Möckern. Ach, Mann, ey. Mann, was machst du denn auch? Ja, Bro. Was ist denn, ich hätte Diamanten nicht vergessen? Du sollst dann leider zurückkommen, Alter. Das geht doch gar nicht. Muss ich zurücksetzen, anders geht's nicht. Hast du den Diamanten bekommen? Na, normal hab ich den bekommen. Wo war der? Unten im grünen. Musst du genau raufspüren. Halt's auf. Er spielt einfach ins grüne rein. Ach, du, die Kamen soll korrekt sein. Okay, klar. Easy jetzt, easy jetzt. Ja, nimm du den. Nicht rüberlaufen, nicht doppelt rüberlaufen. Ey. Warte, warte. Ja? Okay, alles gut, alles gut. Oh mein Gott. Okay, dann kommt. Let's go, Jungs. Alter, mach doch. Mach doch. Off we go. Guck mal, die Map heißt sogar Go. Oh mein Gott, ich weiß, wo der Diamant... Hast du gut gemacht. Wo ist denn jemand? Komm mal mit. Wenn ihr mich rüberholt, sag ich euch, wo der Diamant ist. Ja, du hörst du das schon. Ja, ja, ja. Warte mal. Hä, was ist das denn? Warte mal, aber... Hä? Hallo, ich will mich bitte rüberholen. Hä? Ja. Okay. Hä, aber wo soll das sein? Hä, warte mal. Hier ist ein Knopf, aber... Ich muss doch den Knopf irgendwie rauf. Mit Teamwork und dann spawnt der. Nein, 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 geh dahin, geh dahin, Caspar. Nein, nein, du musst den Knopf rücken. Ich geh rüber, ich geh rüber, ich geh rüber. Ich sag den Knopf. Hab ich? Ja. Oh mein Gott, korrekt, danke. Hä, du bist eingesperrt. Hey. Wir kommen nicht mehr raus. Oh, du bist raus. Okay, danke. Okay, okay. Ich brauch den Diamanten nicht. Das sagen Verlierer immer. Ich hab so schon genug Diamanten. Ah, okay, so ein Ding ist das also. Dann geht's hier jetzt geradeaus. Geradeaus, ja. Let's go. Ohui. Jetzt brauch ich Hilfe. Oh nein. Oh nein. Einer muss da auf diese Etage gehen. Das ist wirklich echt... Oh, Ehrenmann. Okay, okay. Und drauf da? Okay, blau. Zack. Ja. Die Durchlirren, ja. Schwarz, ja. Ja, 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 ja. Stark, stark, stark. Okay, jetzt brauch ich blau. Lila, ja, kommt. Ja, perfekt. Ich brauch den nur schwarz. Ja. Äh, kin... Ey! Schwarz, habt ihr schwarz? Nee, wir brauchen mal eben von ihm, Bro. Ich kann jetzt rüber. So, bleibst du, bleibst du, bleibst du. Hä? Hä? Ach, okay, kommt hoch. Okay. Ja, wie denn? Warte, wo hast du denn schwarz gebraucht? Ich find einen Diamanten. Find dir mal schwarz, du mal schwarz. Hier ist kein schwarz. Ey, hier ist kein schwarz. Ach so, aber wie komm ich jetzt hier hoch? Sam, egal, wir gehen jetzt durchs Ziel. Bro! Ja, so, Bro, bitte. Mach nochmal weg, mach nochmal weg. Ich hänge hier mitten in der Box jetzt, Digga. Ich mach nochmal weg, bitte. Ich hänge hier mitten in der Box, Digga. Komm hoch. Wo haben wir denn schwarz sind? Die hätten wir ja auch tun können. Ja, ich... Ich glaube, kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Kein Problem. Okay. Also das war doch easy, jetzt kommt schwer, ne? Jetzt kommt... Oha, climb time. Jetzt kommt, jetzt kommt richtig... Okay, climb time. Jetzt geht's richtig ab. Okay. Oh Gott, drück auf Geld unten. Gelb. Woher wusste ich, dass sowas passiert, Digga? Woher wusste ich, dass solche billigen Tricks passieren? Also wirklich, ich bin jetzt auch hier unten und warte bis... Blau! Lila! Oha! Hey, Digga! Mirka! Mirka! Ey, das war... Das war Leon. Klar, ist klar. Okay. Also Digga, was da... Mirka, was ist so ungerecht? Oh, es war halt so schwer. Bro, oh, ey. Wirklich jetzt. Hey, guck mal, ich troll nicht mehr. Ich Lila. Ja, wirklich. Wie kann man nur so ungerecht sein? Du musst doch auf Lila gehen. Oh, Digga! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Okay, ich geh rüber. Ja, und das habe ich original hundertmal gemacht, Digga. Das müssen wir mal sagen. Ja, ich glaube, das verbringt uns ja auch nichts. Ich geh rüber. Riecht auch nichts an, weißt du? Kann man nichts sagen, Digga. Ist halt wie süß. Probier dein Glück, ich bin dein Glück. Okay. Okay, Möckert, geh rüber. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Guck mal, ich troll nicht mal, ich werd getrollt. Ja, trollt einfach, Digga. Ja. So, jetzt. Jetzt schaff ich's. Du musst nur eine Sekunde Zeit immer drauf zu gehen, Digga. Du musst wirklich schnell hoch. Okay. Hey, Kasper. Hallo. Warte, warte. Er dreht durch. So, jetzt schaffe ich's. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich es jetzt schaffe. Ja, weiter. So. Hier, alles klar. Kasper, du rüber. Du rüber. Nicht rück mich durch. Zack. Ja. Oh mein Gott, das war so knapp. Hast du jetzt? Welche Farbe? Schwarz, oder? Hä? Hä? Nee, erst. Als Akt... Aber... Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du denn jetzt auf Blau kommen? Okay, geh rüber, schnell. Warte, ich müsste jetzt springen. Auf, auf! Aaaaah, Digga. Unmöglich. Das geht so nicht. Ich bleib auf Blau hier unten dann. Ah, Leon. Immer nur eine nacheinander. Oh mein Gott. Ah. Und dann, okay. Hä, wie smart. Okay. Okay, okay, okay. Dann geh du auf Lila, Leon. Ich check. Ja, ich check. So. Lila? Nee. Hä? Nichts gemacht, oder? Dann geh du mal auf Blau, Leon. Ach, jetzt. Okay, okay. Jetzt, ich geh auf Gelb. Okay, geh auf Gelb, ja. Ja, ja. Dann geh ich jetzt hier auf Blau. Ja, sehr gut. Sag Bescheid. Hä? Blau bleibt. Hä? Blau bleibt Lila auch. Ich bin schon da, Jungs. Was geht? Hä? Ist alles entspannt hier. Okay, auf die Box. Auf die Box. Auf die Lila in der Box. Auf die Box. Auf die Lila in der Box. Okay. Okay, mach du. Rote. Ja, warte, nochmal, nochmal. Rote. Okay, rote. Wie kann man so sein, Digga? Also, wie kann man nur so drauf sein, Digga? Warte, mit Absicht. Warte, mit Absicht. Ey, ich nicht. Ach so, ist mir leid. Okay, du legst auf die rote rauf. Ey, was denn jetzt? Rote, du sollst auf die rote unterbleiben. Ja. Warte, warte, warte doch. Ja. Ja, ja gut. Okay, sag, bin ich. Bin ich doch da. Easy. Ey. Warte, hier ist das Rätsel. War natürlich nur Spaß. Ich bin jetzt erst am dritten. Tschüss. Ah. Okay, das war wirklich schlecht. Ey. Was ist hier oben? Das geheime Level. Hier unten ist noch eins. Hier ist das geheime Level, Bro. Lol. Hier unten. Sprungzeit. Oh nein. Oh oh. Oh nein, Bro. Warte mal, was? Hä? Lol. Okay, warte mal, warte mal. Okay, rot. 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 Jetzt blau. Nee. Blau wegmachen. Blau wegmachen. Und dann durchspringen. Ey. Kasper, wir brauchen, wir brauchen. Jungs, wir brauchen noch. Ey, wir brauchen zwei. Guck mal, jetzt rot. Rot, rot, rot. Ja. Ja. Und blau. Ja. Ja. Ich kann es nicht alleine machen. Ja. Oh mein Gott, warte jetzt. Äh? Ja. Ey, ich fall zur Seite. Ja, jetzt kann ich euch holen. Hier, ich mach euch. Ich mach euch. Was braucht ihr? Blau? Möckern, geh rauf. Ich mach rot für dich Möckern, komm. Nee, Leon. Geh auf blau rauf. Was denn? Ich darf blau. Oh mein Gott. Kann aufhören. Oh mein Gott. Ich bin voll weit. Ich bin fertig. Ihr bist fertig. Ihr bist fertig. Er troll. Der Typ trollt. Der Typ trollt. Der Typ trollt. So jetzt. Auf blau, ja? Geht nicht. Hast du auch deine geilen Diamanten eingesammelt, Caspar? Geh mal auf blau. Geh mal auf blau. Okay, warte. Ich bin auf blau, ja? Junge, Alter. Ja, Jungs, ich bin schon beim Ende. Ja, ich nicht. Ja, Bro, weil du auch egoist bist. Weil du auch egoist bist. Rot. Blau. Ey, geil. Guck mal, ich hab's auch geschafft. Guck mal. Level verlassen. Danke. Zurück zu sporn. Ich hab's geschafft. Wuhu. Und auch geschafft. Jetzt gibt's ganz besonderes Abzeichen, wo wir alle 3 Level geschafft haben. Muss ich ja auch sagen. Sehr gut. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.